Hier sind einige Strategien, die helfen können, die Validität zu erhöhen. Verwendung repräsentativer Stichproben Eine repräsentative Stichprobe stellt sicher, dass die Ergebnisse der Forschung auf eine breite Palette von Personen angewendet werden können, was die externe Validität erhöht. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse der Forschung auf andere Populationen oder Kontexte übertragen werden können. Kreuzvalidierung Diese Methode beinhaltet die Verwendung mehrerer Messinstrumente oder Methoden, um die Ergebnisse zu überprüfen. Wenn die Ergebnisse konsistent sind, wenn verschiedene Messinstrumente verwendet werden, wird dies als hohe Validität angesehen. Replikationsstudien Durch die Durchführung von Replikationsstudien, bei denen die gleiche Forschung unter den gleichen Bedingungen mehrmals durchgeführt wird, kann die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Forschungsergebnisse erhöht werden. Wenn die Ergebnisse in mehreren Studien konsistent sind, wird dies als hohe Validität angesehen. Verbesserung der Forschungsmethoden Die Überarbeitung der Forschungsmethoden und Instrumente kann dazu beitragen, die Validität zu verbessern. Dies kann beinhalten, die Art der Fragen zu ändern, die Stichprobe zu vergrößern oder zu verändern oder die Art der Datenerhebung zu ändern. Berücksichtigung von Störfaktoren Die Identifizierung und Kontrolle von Störfaktoren, die die Ergebnisse der Forschung beeinflussen könnten, ist entscheidend für die Verbesserung der Validität. Dies kann beinhalten, die Forschungsumgebung zu kontrollieren, die Teilnehmer auszuwählen oder die Art und Weise zu ändern, wie die Daten analysiert werden. Durch die Anwendung dieser Methoden und Strategien kann die Validität der Marktforschung verbessert werden, was zu zuverlässigeren und genaueren Ergebnissen führt. Dies ist entscheidend für die Entscheidungsfindung und die Entwicklung effektiver Marketingstrategien. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden Traum oder Wirklichkeit Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.